So, die Phase ist auch wieder da, müssen wir ein bisschen PC neu starten, et cetera, Epic Rancher, so, wir müssen ein bisschen gucken, ob wir uns gegenseitig vielleicht irgendwie, ich sag mal, healen oder so, und vor allem, ja, ich hab auch eine Fähigkeit, ich kann zwischendurch so wiederkommen, ja, ich weiß nicht, warum mein, 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 mein Ding soll am besten eigentlich, oh, eigentlich sollte mein Hundi vielleicht besser nicht den angreifen, ja, jetzt krieg ich den Fleisch, klopfer natürlich ab, hier, vielleicht hat er dich deswegen auch im Visier, ja, ja, Mach Lahren, ihr trakigen Tiere! Aber du könntest auf jeden Fall irgendwelche Sachen abschießen bei denen, ne, das hat mir mir vorhin schon irgendwie aufgefallen. Unterm Arm ist auch was, das sind so eine Batterie oder so, ist auch kritisch. Oha! Oha! Und da haben wir jetzt schon die, oh! Vorsicht! Vorsicht, drüber, spring! Oder wo, ducken? Ahja, ducken ist besser sogar, ja. Ducken ist sogar besser, da hast du recht. Oh, jetzt hat er diesen, äh, wie heißt der, was? Das Ding. Ich will euch schreien hören! Vorsicht, jetzt müsste gleich, glaub ich, wieder Feuer kommen. Ja. Oh, scheiße, und ich bin genau drin. Kann ich auch. Ich hab's noch schnell genug raus geschafft. So, das untere Ding ist weggeschossen. Ich muss ihn oben mal schießen. Ja, diese komischen, der hat auch diese komischen. Diese Batterien da, oder was? Ja, ja. So, jetzt geh ich nach vorne. Ah, oh, scheiße, ich bin. Oh, jetzt hat, jetzt bringt Pücken nix, jetzt bringt nur springen was. Oh nein! Ja, warte, ich helf dir gleich. Da hatte ich jemanden kalter Willstress. Ja, ich wollte ihm grad helfen. Es gibt noch viel zu tun. So, der muss erst mal wieder hochhellen, eh? Du musst Witze machen! Was müssen wir? Witze machen? Oder Hitze machen, warte. Zeit für eine kurze Werbepause. Unsere Munition wird heutiger Sponsor von Marcus Manitions. Oh, ich hab hier so ne alte. Ja, warte. Schickt euch Kultspinner. Alter, dann geht nämlich gerne, aber das ist dann professionell. Fress zuerst die Sehnen, die sind gut für eure Schnäppeln. Auch noch nie. Zu schwach, um zu überleben. Okay, die Pause ist vorbei. Wir sind wieder da. Terror, drück alle Knöpfe! Ja, drück ich alle Knöpfe. Au! Ja, genau. Der Scheiß da, den hab ich auch vorhin. Vorsicht, Feuer kommt schon wieder. Uh, Feuer kommt wieder. Ne, ich hatte Sägeblätter. Oh, ich bin fast down. Ich bin down. Oh, wo bist du? Na warte, mein Hund holt mich wieder. Hoffe ich. Oh, Schicks, ey. Bin wieder da? Ich auch, durch meine Special Fähigkeit. Die holt mich nicht wieder. Zwischendurch. Oh. Oh. Ja, und ich... Steht ein Feuer. Ja, und... Komisch ihn. Oh, shit. Oh, au! Oh, da bringt... Da bringt nur Springen was. Springen? Springen? Ja, ich komm auch nicht aus dem Boot. Warte, ich versuch dich zu holen. Achtung! Nein! Nein, nein, kein Kreis! Oh nein, mein Hundi! Aua! Ich muss versuchen, mein Hundi da zu holen. Alter! Wie fies, ey! Nein, mein Hund! Mein Hund, mein Hund, mein Hund! Mein Hund, mein Hund! Oh, Glück! Oh, Glück! Danke, ein Mixer! Oh, Alter! Oh, Alter! Und du können bei dem! Ja, toll! Jetzt hat er sich gedreht. Oh, ey! Ich hab mich das Feuer nicht durch, aber ich hab hier ein bisschen... ... gehabt. Oh, das ist so ätzend. Oh, ich krieg euch nicht geholt. Oh, ich krieg euch nicht geholt. Ja, ja. Juhu! Vorsicht, auch wieder Feuer dabei! Hm. So, warte, lass! Ich bin jetzt gerade tot, ich komm ganz schnell zurückgesprungen. ich habe einen schöner Mixer ich will was nicht bist du wieder da ja ich war da oh gut mein Engel hat mich direkt jetzt glaube ich gerade geschützt da ist er das heißt wir können können jetzt mal eben ganz kurz ja wie denn jetzt kommt er wieder oh den Strahl ausweichen Iridium ist das leckten du kannst auf den Iridiumstrahl schießen aber er hat schon wieder einen Arm einfach auf den Iridiumkern sofern du kannst schießen ja ja ich sehe ich schon zack oh was ist denn das oh Tennis Tennis was passiert da ähm Tennis Sirentologin hier ist der Payton soll man ihn erschießen oder ansprechen ach den müssen wir töten oh und den Zwerg ach sind auch erschossen oh das wäre er liebend du kannst sicher fragen ich hab keine Fragen ich hab nur Loot ich hab keine Fragen ich habe Loot Loot tut gut ja oder ein Vieh ja warte achso ich bin voll in die Sonne ich müsste jetzt weg sein äh ich spreche die Tennis mal an nur dazu sag was du beobachtet hast du bist eine Sirene ja so konnte ich in Gedanken mit dir sprechen und den Hammerschlüssel aufladen mit meinen Kräften kann ich Maschinen und alles manipulieren was Strom nutzt das nennt sich Phasenverschiebung man kann sagen es war ein Geschenk von einem Schutzengel ich wollte das und wie das immer so ist robotische Mordmaschine naja du warst dabei und jetzt weiß die ganze Galaxis Bescheid ich bin berühmt ha ha wir sehen uns auf der Sengshur Level 34 oh und danke für die Rettung der hätte sie doch selber retten können ok wirklich testen so können wir ja ja ich bin leider am Gucken ich hab hier grad ein paar Sachen gefunden ok dann skill ich eben das dann skill ich halt eben erst ich hab jetzt erstmal eine andere etwas anderes noch einen Punkt hochskillen oder was wenn keine Ferne in der Nähe sind dann vielleicht Waffenhandlung ein bisschen Trefferschaden ein bisschen Trefferschaden da sieht man keine Ziele hat ich hab hier ein bisschen ne ich hab hier mal eine neue waffe und ich hab jetzt einen neuen das mache ich zwar nicht mehr meine geile so kommen wir jetzt gut wir können jetzt ja ja achtung wo ist das menü oh ja sorry hättest du selber gekonnt so das ist ganz gut weil dann kann ich das mal verkaufen und mir vielleicht noch ein paar sachen zulegen an den ohren sorry warte ich wollte eben immer ein zimmer und ich weiß wo du pinst kleiner scherz oder nicht oh ich hab ne deko bombe oh guck mal guck mal rein hier voll süß geil oder ich muss mal Sachen verkaufen ich glaub die verkauf ich jetzt die auch aber die nicht so eben Sachen erstmal verkaufen die waffe ist ja hat zwar mehr schaden aber zielgenauigkeit und zielgenauigkeit handhabung und feuerrat ist geringer genau ich wollt mal gucken welchen kopf ich jetzt hab ich bleibe bei meinem Kopf ich bleibe bei meinem Kopf das hört sich gut an 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 n mollyworn gehen generell so wie hat die ja schon ne 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 keine mollyworn ne 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 gut ist es noch ne ich muss nachher echt mal gucken ich was den dunklen Lor zu geräuschen geht hier ne ne war nicht so verkauf hat die gerade gesagt dein Hintergrund hörst du nicht zu oder was ne 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 die Fee hört nicht zu ne auch kein Quatsch Spaß beiseite wie viel soll ich jetzt lagern kann hä Mordhausen ach so außer verkauft gerade wird schon wie zeuglich jetzt lagern kann hm ne die will ich haben ne ich hab ne ne weg 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 gras behalte ich noch эксп english weg 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 verdر weg 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 Weg, weg, die halte ich noch und da ist das maximale Schild, in vier Sekunden, da fühle ich wahrscheinlich aus neu Anliegen. Geil. Ah, ich hab's ein bisschen mit. Faye? Ja, das hab ich jetzt nicht, aber ich hab jetzt dafür mehr Gesundheit. Das ist auch gut. Das ist auch immer gut. So, die Waffen, die ich jetzt noch habe, lass ich jetzt erstmal hier. Bis auf meine eine. Nöööööö. Also wenn du kein SDU kaufst, bist du so gut wie tot. Oh, noch mehr ein bisschen Rucksackplatz. Sehr schön. Du hast dein neues SDU installiert, das du gerade nicht hingesehen hast. Kein Grund mehr zu danken. Ich habe auch einen Hüchseplatz. Wenn du das kaufst, kannst du mehr tragen. Du weißt doch, dass du das willst. Ja, sicher will ich das. Oh. Granaten kann ich nicht. Schade. Aber mal gucken, was ich verloren habe unterwegs. Also vergessen habe, liegen lassen habe. Aber was auch immer. So, was haben wir denn liegen lassen? Vier tolle Waffen. Tschüss. Waffe. Noch eine Waffe. Noch eine Waffe. Hilfe. Hilfe. Ein paar epische Waffen habe ich liegen lassen. Okay. Mhm. Okay, bringt mir aber auch nichts. Die ist kacke. Die ist auch kacke. Die sind aber nichts dabei. Da war glaube ich auch nichts dabei. Ich kann mich gar nicht mehr testen. Oh. Rammschaden. Mh. Die weg. Die weg. Was ist das für komische Geräusche, blöde das Vieh? Kotz. Kotzkrampf. Die rüben Mali-One. Das ist doch keiner. Was war denn zum Vergleich mit dem Kuhn war zu sein. Ich will unbedingt noch ein paar Mali-One umlegen. Ich werde nicht vom Weg abkommen. Ich werde nicht vom Weg abkommen. Wer würde vom Weg abkommen? Ich werde nicht vom Weg abkommen. so lieber für ihr Sommermarkt so zu Lüth sicher die Lüthi wartet bis zu Lüthi und hier so etwas ja unter uns die Quest ist unter uns bis hinter mir die kohle mit mir noch bin ich ja erschließend ich kann so was habe ich noch nie gesehen danke dass du tennis gerettet hast offenbar kann ich immer auf dich zählen was auch passiert ich wollte es dir sagen aber heutzutage hat man als sirene eine zielscheibe auf dem rücken wir sollten uns um die gegenwärtige situation kümmern auch wenn der kammerjäger den spenden aufruf der kalipsis verhindert hat haben sie bereits enorme mengen an iridium gesammelt sie werden es für etwas benutzen vielleicht zum öffnen der großen kammer die große kammer gibt es wirklich willst du das damit sagen ja ich bin ganz beim kammerjäger was ich beziehe mich lediglich auf die vorliegenden beweise wenn es die große kammer gibt muss im inneren eine sehr mächtige kreatur sein die kalipsos sind bereits monster ich will nicht erleben was geschieht wenn sie diese Art von Macht stehlen als sie mich gefangen haben mich in eine festung in der sie ihre iridium spenden sammeln was immer ihr Plan auch beinhaltet es wird noch passieren hier der sieht sehr langweil aus Zielkiller um auch gibt dich zu gehen in die alle er soll die Raiders zusammentrommeln wir bringen das jetzt zu einem Füß Stuttgart Blutfehle was das wo unterstützung holen Euro wo wollen und so ein Leben geboren und ein wir gehen uns mal in der und die Quest Prozent anschauen würde ich sagen oder das ist noch weiter tiefer hier ist aber auch irgendwo hier ist einer was ist das denn hier ah welcome back handsome jack ah jajaja Faye hier ja da gibt es auch noch einer ich glaube ich weiß was ja hier ja ok ich glaube ich weiß wofür das ist ich nehme mal an ja Moxys Überfall auf handsome jackspot ja Moxie hat vor um groß abzusagen in diesem Inhalt zum herunterladen nimmst du den handsome job vergnügenden Casino auf dem hängchen jack und die Inhalte zum herunterladen zum spielen musst du zuerst von Epic Games Store kaufen ja kann man vorbestellen schon das ist nämlich äh ja da würde dann äh eine neue Quest starten wir müssen mal tiefer ich glaube nämlich da müssen wir zum uah hier bist du hinter mir? ja ja hallo Claptrap Claptrap hat nämlich eine Quest für uns möchtest du mit Claptrap sprechen? ihr habt da so ne oh man wieso kann ich den nicht ansprechen? hallo umwerfen jetzt warte da komm ich bei jemanden von den Calypsen mit diesem Dr. Miles Brown und so suchen da ok habe ich getan ok war jetzt die Nebenquest weil du geschossen hast habe ich wieder nichts mitgekriegt leider äh ganz zu jäger der verlorenen Steins das ist die oder? neben zu uns Dr. Miles ja äh boah was ist denn jetzt hier los? warum habe ich denn jetzt gerade so Megalecks? seit ich das Poster angeklickt habe war vielleicht nicht so dass äh Jute wo darfst du da? ich habe gerade voll die Megalecks jetzt geht wieder aber nur da unten was? hast du schon Murl kennengelernt? er ist ein toller Mentor bei mir brechen richtig die Frames zwischendurch ein ok so äh Eden 6 machen wir noch ja ne ja Eden 6 hier diese Eden 6 Reisenbäume in der Gelegenheit na äh wo müssen wir denn da hin? ist das da egal wo wir dann landen? ah da warte ich sehe es spricht mit Miles Brown da können wir relativ in der Nähe sogar glaube ich äh landen warte ich hoffe es zählt bei dir mit ich höre es aber ja ganz komisch ganz komisch ja also im Moment ist das echt ganz komisch ich flieg raus Update gestern? vorgestern? ich weiß es gar nicht komm nicht mehr rein das war jetzt ein Krampf also ich glaube hätte hat länger gedauert ich hätte gesagt weißt du was leck mir am Popo ich komm nicht mehr so besehne man so hast du etwas für mich gefunden? ja die müsste irgendwo mal ah das Doktor Miles also Miles Brown hallo zum Glück bist du endlich da hu hu alter steine 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 Haut haut und ihren ganzen öffnungen ja die finden dich bestimmt auch ekel erregend ich habe jahre damit zugebracht meine kostbare braunsteinsammlung zu erstellen bitte finde meine wunderschönen Schätze du kannst die Kiste nochmal aufmachen wir gehen diese steine ganz schön an den nähen schon bemerkt hm sie sind weitaus mehr als steine sie sind meine welt alles was ich habe aber bringt nichts nicht doch Geld naja braunsteinsammlung 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 schiebern sie bringen sie zu haben nicht so ein jahre 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 ich mag hier die direkte Schrott ich bin ich weiter wir können doch direkt hier vorne verkaufen ja aber trotzdem wir als Schrott repartieren achja was war das nochmal r drücken dann r dann gehe ich nur hier hin und dann nehme ich x da habe ich schon verkauft ok ja 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 äh ne die nicht wenn du was nicht verkaufen willst aber auch versehentlich nicht musst du nochmal r drücken dann hast du einen Stern da ein Stern ne genau ja 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 ne brauche ich ich auf drauf klicke verkaufen wie kann ich den Schreibton verkaufen x gedrückt halten beim verkauf also wenn wir in den verkaufsshop ist brauchst du nur x gedrückt halten oder x drücken einfach zack cool ich hätte den Mann sein Lied beenden lassen sollte so äh finde den Dieb äh wo müssen wir denn hin ich muss mal gucken wo wir hin müssen was was so weit oooohh wir brauchen ein Fahrzeug alter äh wo waren die Fahrzeugräder nochmal da ist der Catcheride warte hier immer noch bei 10 zu weit haben wir die Kriegsgeräte deiner ruhig ja ich muss aber mal eben mein Fahrzeug erzählen ich möchte wieder mal reißen soooooohh oá hm 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 Oh.